von von die an die Türen sollten aufbleiben, bevor sie kaputt machen das ist ja Sinn der Sache Soll ich meine Tür mal aufstehen? Mach was du willst, ich weiß ja nicht von wo sie kommen Stimmt auch wieder jetzt kommt die zu mir von hinten, wa? Ja Da kommt neben die Regale rein. Rechts außen sind sie am Fenster. Sollten wir lieber die Tür aufmachen? Schauen wir mal die Tür aufmachen. Schauen wir mal die Tür aufmachen. Schauen wir mal die Tür aufmachen. Soll ich die Tür aufmachen. Seh mal... Das war's für heute. 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 Achte auf's für heute. Das war's 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 für heute. Und das war's für heute. Hier, irgendwo. Kannst meine erste Etage kommen. Geh bitte. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020